Jesus sagte zu seinen Jüngern im Markus-Evangelium, Kapitel 6, Vers 31, Kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, und ruht ein wenig aus. Ruhet ein wenig. Diesen Satz aus dem Mund von Jesus finde ich sehr bemerkenswert. Viele sehen in Jesus nur den, der lehrt und heilt, der fordert und vor Entscheidungen stellt. Aber Jesus ist auch der, der zur Ruhe kommen lässt und den Menschen aufatmen lässt, der dem Stress die Ruhe entgegensetzt. Es soll Christen geben, die ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie sich mal eine Ruhezeit gönnen. Manch einer denkt, dass er als Christ nicht pausieren darf. Viele Christen sind zu verstrickt im Aktivismus. Ständig sind sie im Beschäftigungsmodus. Mit ihrem Verhalten bringen sie zum Ausdruck, ohne mich geht es nicht. Wie dankbar kann Gott sein, dass er mich in seinem Reich hat. Ja, solche Christen haben wir sicherlich alle schon kennengelernt. Christen, die meinen, Auszeiten hätten sie nicht nötig und würden von Gott als nicht geistlich bewertet. Aber Gott selbst ist ein Gott, der nach sechs Tagen nach Erschaffung der Welt am siebten Tag ruhte. Gott legte eine Pause ein und schaute sich sein Werk an. Er hatte genug getan. Und es war sehr gut so. Gott fordert sein Volk auf, nicht immer Vollgas zu geben, sondern auch an einem Tag der Woche die Hände ruhen zu lassen und das Herz auf ihn auszurichten. Für ihn Zeit haben, ihm danken, den Ruhetag heiligen. Durch bewusste Ruhezeiten bringen wir zum Ausdruck, dass unser Werk immer unvollständig bleiben wird. Wir dürfen es getrost an Gott abgeben. Ich muss auch lernen, Gott hat mich nicht nötig. Er hat unendliche Möglichkeiten, sein Reich auch ohne mich zu bauen. Und wenn ich einmal nicht mehr auf dieser Erde bin, wird Gottes Reich auch dann weiter wachsen. Ich bin nicht für das Kommen seines Reiches zuständig. Dafür sorgt Gott selbst. Ist es dir schon einmal aufgefallen, dass Jesus uns im Vaterunser beten lehrte, Dein Reich komme. Aber nicht, wie es kommen soll. Solche Vorschriften brauchen wir Gott nicht zu machen. Es liegt in seiner Souveränität, ob er uns als seine Werkzeuge gebraucht oder nicht, wie lange und wo und in welcher Situation. Gott braucht uns wirklich nicht. Aber indem er uns doch als seine Werkzeuge einsetzt, adelt er uns mit seiner Gnade. Darum, mach bewusst eine Pause. Komm zur Ruhe. Natürlich gibt es kein Urlaub von der Christusnachfolge. Aber diene Gott nicht immer nur im Tun, sondern auch in der Anbetung, im Staunen über das, wie er ist und was er für dich getan hat. Termine mit Gott sind ihm wichtiger als viele Termine für ihn. Es gilt auch mal Nein zu sagen. Wir müssen nicht auf alle Anfragen mit Ja reagieren. Der Druck kann heute ganz schön hoch sein, noch eine Aufgabe anzunehmen. Trotzdem haben zum Beispiel schon die Apostel Nein dazu gesagt, sich in der Jerusalemer Gemeinde auch noch um die Mahlzeiten zu kümmern. Wir können das nachlesen in Apostelgeschichte, Kapitel 6, Vers 2. Sie hatten anderes zu tun. Sie setzten sich bewusst Grenzen. Sie waren nicht grenzenlos zu haben. Sie legten ihren Schwerpunkt bewusst auf die Wortverkündigung, auf die Lehre und auf das Gebet. Sie wussten um die Grenzen ihrer Salbung und Berufung. Für den diakonischen Dienst wurden andere gebraucht. Es sind doch so viele Gaben in der Gemeinde vorhanden. Entdecken wir sie, bringen wir sie zur Entfaltung. In allem soll es zu einem gesunden Miteinander führen. Keiner muss alles tun und dann womöglich noch unter der Last zerbrechen. Viele Menschen definieren sich heute über ihre Arbeit. Ihren Wert erhalten sie nur über ihre dargebrachte Leistung. Ständig betonen sie es, dass sie viel zu tun haben. Sie würden wohl in ein tiefes Loch fallen, in eine Identitätskrise, wenn sie nicht mehr ihre Arbeit hätten. Gerade als Christen wissen wir, dass wir uns Gottes Gnade nicht erarbeitet haben. Wir durften sie einfach annehmen und auch in der Gnade stehen und leben, Tag für Tag. Wir dürfen bei Gott einfach nur sein. Deine Identität liegt nicht in deiner Arbeit und Leistung verankert, sondern in dem Bewusstsein, dass du Gottes geliebtes Kind bist. Ruhe dich aus in den Armen des himmlischen Vaters. Sogar als Christen meinen wir manchmal, wir müssten uns den Himmel noch irgendwie verdienen und dann fallen wir wieder zurück in die falsche Werksgerechtigkeit. Wir sollten vielmehr entdecken, dass der Himmel ja bereits zu uns gehört. Paulus sagt, dass wir mit Christus versetzt worden sind in die himmlische Welt. Wir sind bereits Bürger des Himmels. Der Himmel gehört uns. Jeder, der in Jesus Christus gerettet wurde, trägt den Himmel in seinem Herzen. Darum muss uns die Frage nicht mehr plagen, ob unsere Werke ausreichen werden für den Himmel am Ende unseres Lebens. Vielleicht lebst du immer noch unter dieser falschen Annahme, dass du etwas leisten musst als Christ, damit du genug Pluspunkte auf dein himmlisches Konto bekommst und dann am Ende der Zeit gerettet wirst. Aber dies ist ein falsches Evangelium. Das ist die falsche Werksgerechtigkeit, die den Christen wieder bindet und bedrückt und ihn nicht in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes einziehen lässt. Christus hat alles für dich getan. Wir dienen Gott aus Dankbarkeit und Liebe. Aus Dankbarkeit und Liebe folgen wir Christus nach. Alles, was wir für ihn tun, tun wir aus Liebe, aus Dankbarkeit und nicht mehr aus dieser Angst, ich muss etwas leisten, damit ich richtig vor Gott stehe. In Christus sind wir vollkommen bei Gott angenommen. Wir sind vollgültige Kinder Gottes durch unsere Neugeburt. Der Weg der Heiligung ist der Weg der Dankbarkeit. Aus Dankbarkeit geben wir unser Leben dem Herrn, stellen uns ihm freudig zur Verfügung und dienen ihm mit tiefer Ruhe im Herzen, weil wir wissen, dass für uns alles vollbracht ist durch Jesus Christus. Nichts, aber auch gar nichts, kann uns mehr scheiden von der Liebe Gottes. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Römer Kapitel 8, Vers 1 Dies gibt mir inneren Frieden und Ruhe. Genau das meint der Hebräerbriefschreiber, wenn er auffordert, geht ein in die Ruhe Gottes, in seine Ruhe, Hebräer Kapitel 4, Vers 10. Denn dann ruhen wir von unseren Werken, wie Gott von seinen Werken ruhte. Wir gehen wirklich ein in diese Glaubens- und Erlösungsruhe. Wir gehen ein in die Heilsgewissheit. Wir können mit dem Liederdichter sagen, auf dem Lamm ruht meine Seele. Ich bin bei ihm angenommen. Ich komme zur Ruhe von einer falsch verstandenen Frömmigkeitsleistung. Ich ruhe in Jesus. Und dies bringt mich zur Entfaltung, sodass ich dem Herrn mit Freuden dienen kann. Noch ein Wort. Klammere dich nicht an deine Ämter und Dienste, die du in der Gemeinde hast. Vielleicht bist du auch schon älter geworden und es ist an der Zeit, den Platz frei zu machen für die junge Generation. Dann sei ein Brückenbauer und mach deutlich, dass du dich nicht über deinen Dienst definierst, sondern auch dankbar bist, wenn du siehst, wie junge Christen nachrücken, wie es vorwärts geht in der Gemeinde mit einer frischen Sicht für die Zukunft, mit jungen, frischen, dynamischen Kräften. Wir dürfen ruhen. Natürlich wirst du als Beter, Mentor, Berater und Seelsorger immer noch viel zu tun haben in der Gemeinde. Aber es ist gesund, dass dieser Generationswechsel stattfinden kann. Wir stehen ja alle gemeinsam an der Sache unseres Herrn. Jung und alt, loben und preisen den Herrn, sind am Gemeindebau beteiligt. Wir dürfen einander wertschätzen, füreinander da sein, einander lieben und auch einander tragen. Es ist an der Zeit, dass wir unseren Aktivismus vor Gott prüfen. Gott will nicht, dass wir uns abarbeiten und dann in einem Burnout verfallen. Sage bewusst Nein und Ruhe ein wenig. Setze deine Prioritäten neu und mache es deutlich, dass es auch noch andere in der Gemeinde gibt, die bestimmte Aufgaben und Dienste besser tun können als du. Jeder braucht Ergänzung. Wir dürfen uns niemals zu wichtig nehmen. Komm zur Ruhe. Mach mal Pause. Gott liebt dich, auch wenn du mal nichts tust. Du darfst auftanken in deiner Schwachheit und dich erfrischen in seiner Nähe. Genieße es. Gott segne dich. Amen.